Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von BISTV. Heute möchten wir euch drei Themen vorstellen. Und zwar einmal, wir befinden uns in Remond. Dort möchten wir euch die Marsplassen vorstellen, wo wir ein hervorragendes Fischgewässer haben. Und als zweites möchten wir euch eine sehr schöne Vertikalroute vorstellen, die wir getestet haben aus dem Hause Fox. Und als drittes hat der Tom von angelsportgoch.de uns eine sehr fängige Köderbox für die Marsregion zur Verfügung gestellt, die wir auch testen werden. Wir wünschen euch jetzt erst einmal viel Spaß bei den nachfolgenden Themen und wir geben jetzt Gas, damit wir halt zu den Hopspots kommen, um euch zu zeigen, wo man hier schön angeln kann. Bis zum nächsten Mal.